Jenny Seiber, 16 Jahre alt, ist seit zwei Tagen nicht nach Hause gekommen. Und was ist mit Jennys Vater? Der war hier stationiert. Zwei Monate von Jennys Geburt. Warum immer weg? Sag mal, hast du... Tranquilizer? Ich will jetzt sofort wissen, warum du dir diese... Das geht dich nicht an! Katharina, ich hab was. Das Video wurde heimlich aufgenommen. Das war der Teiler. Jennys Freund arbeitet auf dem Konsulat. Du hast ja Beziehungen. Ich sehe, was ich tun kann. Ich glaube, wir müssen die Herrschaften etwas mehr unter Druck setzen. Nix ist eins sogar. Ein Marine. Er war ausgebildet zur Lügung. Treblecher hat angebissen. Wann kommt er? In vier Tagen.